Dann ist da noch mein Sohn Henning. Henning hatte seit kurzem eine Freundin, die Hannah. Und ja, Henning ist natürlich mein ganzer Stolz. Geil, Hannah! Ich glaube, der Song ist fertig. Okay. Ich spiele ihn dir jetzt vor, okay? Oh Gott, bin ich aufgeregt. Okay. Der Song ist viel besser geworden als meine anderen Songs. Bist du bereit? Okay. Und? Wie gefällt er dir? Gut. Ja? Gut. Auf einer Skala von 1 bis 10? Gut. Geil, Hannah! Das wird beim Durchbruch! Gut. Nein! Ähm, Henning. Nein! Henning, ich, äh, hallo, Hannah. Alles gut bei dir? Gut. Wunderbar. Äh, Henning, hast du schon deine Hausaufgaben gemacht? Hält sich das so an, als müsste ich noch Hausaufgaben machen? Das, äh... Das wird mein Durchbruch als Hardstyle-DJ! Das wäre toll, äh, Henning. Gut. Gut wäre das, Hannah, genau. Aber trotzdem möchte ich nicht, dass du die Schule vernachlässigst, mein Kind. Du glaubst nicht an mich! Doch, Henning, aber... Du hast noch nie an mich geglaubt! Ich zieh aus! Nein! Doch, Norbert, lass ihn einfach. Komm! Irgendwann sind Hannah und ich hier weg. Und das Letzte, was ihr von uns hören werdet, ist dann unser Welt-Hit mit dem Namen... Mit! So ist Hannah, geht ihm mit den Namen! Gut! Genau! Gut! Ich bin immer wieder begeistert, welche tolle Energie mein Sohn noch hat, äh, ja!